Hey Jose, we are reacting to Vic and Nick and Reaction Time! Aber dennoch lustig. Die Challenge ist so ein bisschen verloren gegangen. Ab Runde 2 habe ich es ein bisschen sein lassen und da findet man dann diesen roten Faden wieder. Das ist auf jeden Fall richtig witzig geworden. Schaut auf jeden Fall ein bisschen. Was ich vorweg sagen muss, der Ton ist ein bisschen leise. Ich habe mir jetzt ein neues Audio-Interface gekauft und einen Kompressor. Ich hoffe in Zukunft, dass der Ton auf jeden Fall besser wird. Denn damit hatte ich so ein paar Probleme. Ansonsten wünsche ich euch... Let's go! Okay, habe ich schon mal ein Smash-Video hochgeladen? Ja. Stream ich aus. Ja. Bin ich Zero? Nee. Awww! Ich werde nicht meinen YouTube-Kanal anfangen. Ich glaube nicht, ne? Nee. Jetzt mache ich so ein News-Video. Ey, was ist das für ein Wichser hier? Komm ich aus Köln? Nee. Ähm... Bin ich in der Smash-Szene so... Big? Nee. Oh, ich weiß, wer ich bin! Ähm... Haben Sie ein kärtiges Equipment? Ja. Ja. Habe ich ein großes Team? Nee. Ich glaube nicht, ne? Oh, ich weiß, wer ich bin! Da bin ich Video-Game-Dunkey. Nee. Scheiße, Junge! Nee. Ich dachte, Junge, das ist der auf jeden Fall! Nee. Stream ich aber... Nee. 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 Okay. Nee. Nee. Machen wir das alles alleine? Ja. Ja. Ähm... Ist das Musik? Ja. Wow! Singen? Ja. Ja. Ohne ich? Auch in Deutschland? Ja. Noch nicht? Noch nicht? Nee, das ist doch schon ein Wichser hier. Ähm... Habe ich eine Freundin? Mhm. Okay, ja? Ja... The fuck? Ich bin ein Mensch. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab mit Freundinnen. Ich bin aus Amerika. Mhm. Ich hab schon mal ein... Ich hab schon mal ein Smash-Video gemacht. Ja. 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 Wie gibt es denn da so? Ähm... Das kann ich nicht so... Musik. Mach ich auch schließlich Musik? Nee. Nee. Also andere Sachen. Ähm... BG. Das fängt ja bei mir so schwer. Ähm... Aber mir echt... Beschuldigen, niemand einfällt. Bin ich schon sehr lange dabei. Ja. Hab ich... braune Haare. Hab ich News-Videos? Ähm... Ja. Ja. Mh... Bin ich Rezo? Ja. Alright. Real Rap, so. Ich kenn ihn wahrscheinlich, aber ich hab gar keinen Sahne. Was ist denn? Mach ich auch... Neben Gaming auch andere Sachen. Mach ich neben Gaming auch andere Sachen, ne? Mh... Super. Wer ist denn das? Wenn ich Turo? Ja. Ja. Du saß dann gerade so Turo und Rezo. Ja, das ist wie... Voll funny. Du bist LeFlois. Hahaha. Hahaha. Die nehmen einfach alles weg. Hahaha. Die Augenringe. Hahaha. 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 Eyja. 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 On the. Tail. With the. Gang. Eyja. 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 Ich weiß nicht wie, aber ich hab Nebel nicht gelesen. Ich hab ja nicht gelesen. Okay. Lebe ich in Deutschland? Ja, müssen wir. Die. Okay. Bin ich mehrere Personen? Nee. Die im Sinne von die deutschen YouTuber. Ach so. Okay. In die Falle gelockt. It's a trap! Ich hab aber einen Kalkkatastrophe. You triggered my trap card! Alter. Wie laut! Hahaha. Ttttttttttttttm! Bin ich männlich? Ja. Betreibe ich meinen Kanal alleine? Ja. Ja. Bin ich volljährig? Ja. Mach ich Gaming Videos? Ja. Echt nicht? Ich glaube nicht. Ach nicht. Also... Ne. Ne. Äh... Bin ich männlich? Ne. Ne, nein. Bist du männlich? wieso sagen die alle bin ich männlich ist das hier feminismus oder was warum nicht bin ich weiblich ich glaube schon bin ich öfter draußen bin ich mache ich gaming auf youtube ich glaube der hat mal irgendwann mal was gemacht aber ich glaube bestimmt schon mal wie dank schön was vier monate dankeschön mache ich beauty videos wie kann das denn sein also nicht so aufwändige videos haben aber du machst die ja nicht genau und die andere helfe von dem ich das klar dass ich da nicht auf mich komme wenn das so beantwortet wird mache ich aufwändige videos ja ich glaube schon dass er mehr arbeit ist jetzt nicht kein julian bei einer szenerie ist sie keine zählische videos sondern eher inhaltlich und ja genau ich glaube inhaltlicher aufwand das ist dann eher bin ich war der gaming hat ich schon gefragt Gibt sie auch. Mache ich... Mache ich Kochvideos? Ich glaube nicht. Ach schade. Sonst hätte ich es direkt gewusst. Bin ich einer von den Stuttgartner Crew? Nein. Die Stuttgarter Crew. Mache ich Dude-Yourself-Videos? Ich glaube nicht. Nein. Bin männlich. Bin alleine auf YouTube zu sehen. Naja nicht immer. Aber hauptsächlich ja. Wurde ich gepusht von irgendjemanden? Ich habe das nicht mitbekommen. Dass der von irgendjemandem krassen gepusht wurde. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube der hat sie alleine. Hallo? Ich denke es. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bin ich... Mache ich News-Videos? Ne. Boah, weiß das. Komm mir, komm mir dumm vor. Komm mir auch komplett davon. Boah, weiß das nicht. Boah, weiß das nicht. Jetzt schmeißt uns alleine nicht zu sehen. Ach, das ist schwierig. Mache ich News-Kanäle, News-Videos-Update so. Ich würde das nicht als News bezeichnen. Ne, ne. Aber es ist schon überaktuelle Sachen. Bin ich überhaupt weiblich? Ja. Kleiner Tipp, weil ich ihm auch einen Tipp gegeben habe. Ich würde das jetzt nicht irgendwie auf einen... Die macht jetzt nicht so diese typischen YouTube-Formate. So wie Do-It-Yourself oder Koch-Vlogs und so. Ich glaube das ist gar nicht so spezialisiert. Die macht alles quasi. Die macht einfach... Die braucht die Bock hat glaube ich. Ah ok, ich weiß, ich weiß. Also glaube ich. Reise ich auch? Ne, würde ich jetzt nicht sagen. Super oft reißt. Bin ich Kelly? Ne. Bin ich in einer öffentlichen Beziehung? Ich glaube schon, ja. Nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube ihr seid wieder... Ja, ich glaube schon. Mach ich Musik? Ne. Bin ich Melina? Ja. Dann gebe ich auch. Dann gebe ich auch? Warte, warte, warte. Ein Tipp noch. Du kommst aus Braunschweig. Ich glaube, er hat zwei Mal verloren. Hätte man auch gebraucht. Uff. Das war nice, ihr. Nice, Alter. Geil. Danke Revi für den Hoffnung. Yes. Große Dankeschön, Alter. Ja. Crazy, ey. Du hast geplant, das bis zum 1.30 Uhr zu machen. Okay. Also, weil das hat jetzt fast zwei Stunden los, ja. Und dann habe ich gedacht, dann spüren wir das eine oder andere. Dann dauert das noch mal eine Stunde. Ne. Keine Ziele, eine Ziele, kein Schlimm. Wow. Wow, 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 wow. Ja gut, wenn ihr mehr Reactions von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne den Cringe. Und tschau. Ja gut. Ja. Vielen Dank.